Das Spannendste ist, an etwas zu arbeiten, bei dem ich am Anfang noch nicht weiß, was am Ende herauskommt. Ich bin Isabel, ich bin Softwareentwicklerin bei Drexelmeier. Ich komme ursprünglich aus Paris und bin aber in England groß geworden. Ich habe in Paris wieder studiert und nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Es war erstmal um mein Deutsch zu verbessern, aber das Arbeitsklima in Deutschland hat mir gefallen und viel geblieben. Die Drexelmeier Group entwickelt zusammen mit Porsche die allererste 800 Volt Batterie für Serien-Elektrofahrzeuge. Das ist für beide Unternehmen ein technisches Neufeld. Ich arbeite an der Diagnose-Software. Damit lässt sich feststellen, wie der Ladezustand der Batterie ist. Es ist ziemlich komplex, weil es von vielen Aspekten, wie z.B. die Temperatur oder die Veralterung der Zellen abhängig ist. Im Team gefällt es mir, mit vielen Denkansätzen zu arbeiten. Jeder hat eine andere Herangehensweise an ein Problem und das hilft meistens auch, um ein Problem zu lösen. Ich will Neues lernen und mich immer weiterentwickeln. Die Firma bringt immer neue Technologien der Mobilität auf der Straße und das gefällt mir bei Drexelmeier. in der Regel, tie es ist das Gregory im Team participation und ge ä